Startfrei für das 49-Euro-Deutschland-Ticket. Von heute an wird es als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben und gilt dann ab Mai bundesweit in allen Bussen und Bahnen des Regional- und Nahverkehrs. Verkauft wird es online und in den Kundenzentren der Verkehrsunternehmen und der Deutschen Bahn. Das Abo kann monatlich gekündigt werden. Wie schon das 9-Euro-Ticket soll das Deutschland-Ticket Bürger angesichts der stark gestiegenen Energiekosten entlasten sowie den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Dazu begrüße ich jetzt Bastian Kettner vom Verkehrsclub Deutschland. Guten Tag, Herr Kettner. Guten Tag. Ist das Deutschland-Ticket jetzt wirklich der große Wurf, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen? Man muss wirklich sagen, das 49-Euro-Ticket ist die größte Tarifrevolution seit der Regionalisierung des öffentlichen Verkehrs in den 90er-Jahren. Aber dass es wirklich zu einem Erfolg wird, das kommt erst, wenn wirklich das Angebot massiv ausgebaut wird. Gerade im ländlichen Raum, aber auch in den Städten brauchen wir dringend einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Rechnen Sie dann mit einem Ansturm auf das 49-Euro-Ticket? Ich denke, dass auf jeden Fall das 49-Euro-Ticket einen sehr, sehr starken Absatz finden wird. Weil auch gemessen an den Fahrpreisen, die momentan eben erhoben werden, das doch schon eine deutliche Vergünstigung ist. Also es wird besonders für sehr, sehr viele Pendlerinnen und Pendler deutlich günstiger. Und natürlich auch für Menschen, die beispielsweise Tarifgrenzen überwinden müssen. Genau, also für sie kommen dann teilweise wirklich sehr, sehr hohe Reduzierungen jetzt zugute. Und das wird natürlich dafür sorgen, dass viel, viel mehr Menschen dann eben auch den ÖPNV nutzen. Kritiker sprechen ja von einem großen Flickenteppich. Denn Verkehrspolitik ist ja Ländersache. Jedes Bundesland hat also da seine eigenen Vorstellungen, wie das Deutschland-Ticket sein soll. Was heißt das jetzt für Fahrgäste? Also klar ist, dass es auf jeden Fall diese Basisvariante des Deutschland-Tickets geben wird. Also 49 Euro in allen Regionen mit allen Verkehrsmitteln. Das ist soweit schon mal gut. Genau, also das Problem war so ein bisschen, dass sich auch die Bundesländer sich nicht darauf einigen konnten, gibt es eben ein Sozialticket, was dann auch wirklich in allen Verkehrsverbünden gilt. Deshalb gibt es diesen Flickenteppich. Es gibt auch unterschiedliche Regelungen bei Fahrradmitnahme oder auch bei der Personenmitnahme. Aber worauf man sich wirklich darauf verlassen kann, das sind diese 49 Euro und das Jobticket. Also das heißt, wenn der Arbeitgeber sich dazu entschließt, 25% dazuzusteuern, werden Länder und der Bund auch 5% dazugeben, dass es eben günstiger wird. Aber es gibt natürlich dann auch noch einige Mängel, die noch behoben werden sollten. Also zum Beispiel, dass es immer noch nicht in allen Regionen ein Jugend- bzw. ein Sozialticket gibt. Also einige Länder haben damit schon begonnen. Aber dieser Schritt, der muss eben weitergegangen werden. Und es ist auch wichtig, dass es wirklich eine Absprache zwischen den Ländern gibt, dass diese Tickets dann auch, also diese Vergünstigungen dann auch bundesweit gelten. Also kann es sein, wenn ich eine längere Reise plane und mein Fahrrad mitnehmen will, dass das dann von einem Bundesland zum anderen Bundesland nicht klappt und nicht erlaubt ist? Ja, also das ist tatsächlich ein Problem. Also es gibt auch ein bundesweites Ticket, was eben auch für die Fahrradmitnahme ermöglicht. Also dieses Fahrradticket für 6 Euro, was eben auch bei DB Regio dann eben zu kaufen ist. Aber das ist eben auch nur ein Tagesticket. Das heißt, ein Abo, ein deutschlandweites Abo für die Fahrradmitnahme existiert bislang nicht. Und da müssen die Länder sich auf jeden Fall noch drauf einigen, wie da weiter vorgegangen wird. Also einige Länder bieten ja auch gewisse Zusätze an, die dann eben noch dazu kaufbar sind. Das ist schon mal positiv. Einige Bundesländer haben sowieso eine kostenlose Fahrradmitnahme. Also beispielsweise in Thüringen oder auch in den hessischen Verkehrsverbünden ist das der Fall. Aber wie Sie auch schon vorhin angesprochen hatten, diese grenzüberschreitende Fahrradmitnahme mit dem Deutschlandticket, dass ich das eben auch als Zeitkarte nutzen kann für die Fahrradmitnahme, das besteht noch nicht. Und da sehen wir auch noch einen Handlungsbedarf. Also für wen ist es dann von Vorteil, das 49-Euro-Ticket zu kaufen? Also ganz besonders für Pendlerinnen und Pendler, weil sie enorm profitieren von günstigeren Preisen. Aber auch beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die haben auch in sehr, sehr vielen Bundesländern Rabatte. Also wenn ich da beispielsweise mir den Hamburger Verkehrsverbund anschaue, da ist das Deutschlandticket schon für 19 Euro für diese Gruppen eben zugänglich. Aber auch Menschen mit geringem Einkommen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass Hessen auch den Ansatz fährt, dass das Ticket 31 Euro kosten soll für Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Für sie ist das natürlich auch noch eine erhebliche Erleichterung und natürlich dann auch einen Beitrag, dann auch mobil zu sein und dann ja auch am öffentlichen Leben dann auch besser teilhaben zu können. Also es ist auch auf der anderen Seite eine sozialpolitische Frage, die dadurch dann auch ein Stück weit geklärt werden könnte. Aber was machen die, die, die zum Beispiel auf dem Land wohnen, wo also einmal am Tag der Bus fährt? Müsste also es nicht so sein, dass die Investitionen, die Bund und Länder nun für die Einführung des 49-Euro-Tickets bereitstellen, müsste man dieses Geld nicht in die Schiene investieren? Also für uns als VCD gibt es kein Entweder-Oder, sondern das sind wirklich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Also wir brauchen auf jeden Fall günstige und auch attraktive Tickets, damit die Menschen auch sich nicht mehr mit dem Tarifchaos auseinandersetzen müssen und ja auch, dass zu einem attraktiven Preis dann eben mobil sein können. Und auf der anderen Seite braucht es einen massiven Ausbau des ÖPNV, vor allem auch in ländlichen Regionen, aber auch in den Großstädten, weil wir sehen es ja, wie Sie auch schon das angesprochen haben, also auf dem Land, wer in einem Ort, wo kein Bus fährt, da bringt mir das 49-Euro-Ticket natürlich auch nichts. Also deshalb braucht es eine Mobilitätsgarantie. Also wir sagen als VCD, dass auf jeden Fall jede Stunde, jeder Ort ab 200 Einwohnerinnen zwingend an den ÖPNV angebunden werden muss, egal auch mit welchen Mitteln. Also es muss auch nicht immer der große Linienbus sein, der den ganzen Tag über fährt, sondern es können auch durchaus kleinere Fahrzeuge sein und die Mahnverkehre, da sind jetzt ja auch die gesetzlichen Bedingungen verbessert worden. Das sehe ich auch als Fortschritt an. Aber andererseits braucht es natürlich dann auch eine Sicherheit, dass ich dann den ganzen Tag unterwegs sein kann. Also von morgens früh bis spät abends auf jeden Fall, dass jeder Ort angebunden ist in Deutschland. Aber was muss die Politik denn nun tun, um Bus und Schiene generell attraktiver zu machen? Es braucht einfach ganz massive Investitionen. Also in einem Bündnis mit Verbänden wie Verdi oder auch der EVG und anderen haben wir berechnet, dass es auf jeden Fall ein Plus an Investitionen in den ÖPNV von ungefähr 15 Milliarden Euro braucht. Also das betrifft zum einen den Betrieb, aber zum anderen auch den Streckenausbau. Der ist uns sehr, sehr wichtig, damit denn überhaupt das Netz resilient wird und die Fahrgastzuwächse, die zu erwarten sind, denn auch überhaupt zu bewältigen sind. Zum Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets. Danke, Bastian Kettner vom Verkehrsclub Deutschland. Vielen Dank auch für das Interview. Vielen Dank.